Gute Sache, die ich das Spidermannstichel tötete. Er war wirklich ärgerlich. Ich hoffe, dass niemand weiß, dass ich ein gestohlenes Auto fahre. Oder das bin ich der Mörder. Wenn die Bullen über ganz ungefähr die Verbrechen herausfinden, die ich begangen habe, spüren sie mich, mich niederzuwerfen auf und zu sprengen. Es ist nur ein Frage der Zeit, bevor sie kennen, wem ich bin. Wohler Blick auf das, wenn es nicht Flamme die Katze ist. Ich denke, dass ich diesem katzenartigen Weibchen eine Lektion hochziehe und unterrichte. Hallo Weibchen. Und Vermutung was, ich die Person sind, die ihr Bruder Silber tötete. For what you have done to my brother. You goddamn German criminal. Ich denke nicht so Schlampe. Ich habe vorgetötet und ich werde sichere Tötung sie bevor sie Steckfassungs-Scheiße tun können. Bereiten Sie vor sich zu sterben. Help. Help. Somebody help me. Ja, nehmen Sie das, sie verdammte purpurote Hacke. Jetzt finden jene Bullen mich nie. Gut, werde ich hier verlassen. Hallo Eddie, das ist Super Cow again. Ich habe ein paar Informationen auf den recenten Serienkiller that's been going around Cartoon Network. Was ist es? Right before Silver the Hedgehog was murdered a couple days ago in Montana and not too far away in the town of Germanville, a married couple turned up murdered in their own home. The victims, Harold and Mary Slick, were both beaten very badly with a keyboard before being shot to death several times. Their son Leonard was the one who found their bodies. However, their other son, Leopold Slick, has been missing since the double murder had occurred. And since Harold and Mary used to be very much against Leopold, I'd say that gave him a motive for murder. Which leads me to believe that Leopold Slick was the murderer. And that he is also the serial killer that's been striking all around town these past two days. Anyway, do not fear, for I have made a hero decision. I am going after this son of a bitch before he kills again. Thank you. Vielen Dank.